hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin Kosti und heute gibt es ein neues video zu Eve Echoes wieder mal bin ich unterwegs mit meinen Interceptoren in diesem video mit der Slasher nochmal und mit der Atron und ich habe dann hier auch zwei der bis dahin höchsten Retriever Kills in meiner aktuellen Zeit eingefahren das seht ihr dann später und dann bin ich so ziemlich wieder up to date was meine Kills angeht ich habe jetzt ein bisschen schleifen lassen mit Aufnahmen und Abladen und sowas Abladen Uploads meine ich und dementsprechend sind die Kills teilweise auch ein bisschen älter ich werde diesmal nicht die ganze Zeit doof rumlabern sondern werde einfach nur entspannende Musik laufen lassen gucken was ich schönes finde und dann sehen wir uns zum Ende des Videos wieder weil ich euch dann noch ein kleines tool im Internet vorstellen wollen würde also bleibt dran und bis zum Ende des Videos Folge zusammen F W Los 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und man kann. Bis zum nächsten Mal. lädt man. bis zum nächsten Mal.